Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Ich bin der Horst und heute wird es etwas anspruchsvoller, denn heute wird gerechnet. Eine Sache, an der nämlich kein Kaffeetrinkender Mensch vorbeikommt, ist an irgendeiner Stelle den Geldbeutel zu zücken und sich den Rohstoff oder sogar dann die fertige Suppe zu kaufen. Warum dann Summe X auf dem Kassendisplay steht, da hinein haben dann aber nur recht wenige Menschen so wirklich einen Einblick und genau das wollen wir heute ein kleines bisschen zumindest ändern. Dazu muss ich vorher aber auch noch sagen, dass wir natürlich nicht alles abdecken können und schon gar nicht alles im Detail abdecken können, weil wie alles im Kaffee ist auch seine Preiskalkulation, sagen wir mal, individuell und komplex. Dazu habe ich neulich auch einen schönen Satz gehört, so ganz bekomme ich den auch nicht mehr zusammen, aber er war vom Sinn her etwa so, es ist nicht die Einfachheit, welche auf die Wahrheit eine Sache hinweist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, alles ist komplex und hat viele Seiten und genauso ist es eben auch bei der Preisgestaltung, in unserem Fall eben auch von Kaffee. Und wieso betone ich das hier alles so arg am Anfang? Erstens finde ich, ist das generell eine aktuell durchaus wichtige Botschaft, die man sich hier und da mal ein bisschen vergegenwärtigen sollte, also das mit der Einfachheit und der Wahrheit. Und zweitens muss ich damit, dass hier alles eben nachvollziehbar bleibt, ziemlich viel verallgemeinern und damit kann es eben auch sehr gut sein, dass manche Sachen im echten individuellen Anwendungsfall dann doch ganz anders sind, als ich das jetzt hier erzähle. Es ist einfach ein Überblick, den ich dir hier verschaffen möchte. Wie immer gilt also, das hier ist meine Sicht auf die Kaffeewelt, mein Verständnis, das, was ich erlebt habe, das, was ich weiß und das alles hat das Ziel, dir einen Überblick zu geben, nicht mehr und nicht weniger. So, und damit sind wir am Ende der Einleitung und was kommt da immer? Richtig, ein kurzer Eigenwerbungsblock. In sehr naher Zukunft, Ende dieses Monats, werde ich sehr viel meiner kreativen Energie nämlich umverlagern, weg von den sozialen Medien hin zu meinem Newsletter. Warum, wieso, weshalb, dazu habe ich dir in der Folge vom 3.1. Auf geht's 2024 recht viel erzählt. Und hier in aller Kürze vielleicht nochmal, ich bin ziemlich wenig einverstanden damit, wie unsere sozialen Medien so funktionieren und was sie aus einem machen und dafür ist mir meine Zeit dann eben doch auch zu wertvoll und irgendwie möchte ich dir auch Content liefern, der dir etwas bringt und nicht einem großen Konzern und seinem Algorithmus. Ich wollte eben einfach auch schon immer Dinge so teilen, wie ich sie gerne aufbereite oder wie ich sie gerne aufbereiten würde und die dann auch teilen mit allen, die es interessiert und eben nicht nur mit einer kleinen Auswahl, die irgendein Programm trifft. Klingt fast ein bisschen schwurblerisch, ist es aber gar nicht. Ich will einfach nur sagen, mein Fokus für Informationen rund um meine neuen Folgen und Co. werde ich bald auf meinen Newsletter legen. Instagram und Co. wird es natürlich weitergeben, aber eben, ja, ich drehe die Prioritäten etwas. Wenn du also weiter immer up-to-date bleiben willst, dann schreib dich doch gern in den kostenlosen Newsletter ein, nicht zu verwechseln mit der Steady-Seite übrigens, das ist auch großartig, auch da komm gern dazu. Da geht es aber sehr viel mehr um exklusiven Content, also zum Beispiel den Barista-Audioblog und früheren Zugang zu Folgen und sowas. Der einfach mal Kaffee Newsletter, den findest du unter einfachmalkaffee.com slash Newsletter oder einfach über den Link, den ich dir in die Shownotes packe. So, damit ist die Eigenwerbung abgeschlossen. Schauen wir uns mal an, also warum Kaffee kostet, was er eben kostet. Dabei lass uns erstmal überlegen, was wir da genau wissen wollen, weil Kaffee hat ja im Laufe seiner Wertschöpfung viele Preise. Mir geht es hier und heute um die Preise, mit denen man als Verbraucher in Kontakt kommt. Also vornehmlich die Packung Röstkaffee und eben die Tasse im Kaffee deiner Wahl oder eben sonstigen Bohnensud-Ausgabestellen, die du so aufsuchst. Lass uns der Einfachheit halber aber vielleicht vorne anfangen. Und wie vorher schon angedroht, muss ich da gleich jetzt schon mal ein riesiges Feld zusammenfassen, weil es sonst viel, 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 viel zu viel Info wäre, was wir hier heute unterbringen müssen in den nächsten paar Minuten. Wie sich nämlich der Einkaufspreis für die Rösterei zusammensetzt, ist schon ein absolutes Thema für, ja, eigentlich eine ganze Serie von Folgen. Und selbst dann würde ich fast sagen, dass man ohne eigenen Praxisbezug dabei ziemlich schnell den Faden verliert. Anders ausgedrückt, Kaffeehandel ist absurd komplex und hat sich ja auch einfach über Jahrhunderte entwickelt und wird von absoluten Fachmenschen betrieben. Punkt. Bis wir einen Einstandspreis in der Rösterei haben, also den Preis, für den der Kaffee im Lager ankommt, ist ein ganzes Geflecht an weltweiten Einflüssen gefragt. Wir gehen hier und heute davon aus, dass der Kaffee, den wir hier betrachten, von einem Kaffee-Großhändler gekauft und vertrieben wird. Also nicht über die Börse, nicht über einen Broker, nicht über direkten Handel, nicht über Auktionen oder sonstige Wege. Der Großhändler zahlt dem Exporteur, was in aller Regel nicht der Farmer ist, oft ein FOB. FOB steht für Free on Board, also den Preis, den der Kaffee kostet, aufs Schiff geladen. Es gibt dann auch noch bis zum Hafen und also du siehst es, man könnte das auch da schon im Detail wahnsinnig tief auflösen. Wir gehen jetzt hier heute von Free on Board aus, ja, FOB. Wie der FOB zustande kommt, das lassen wir hier und heute einfach mal außen vor, auch wenn es mir wirklich weh tut. Im Grunde kann man aber sagen, mit dem FOB wird abgedeckt, wird bezahlt, alles was passieren muss, damit der Kaffee überhaupt existiert und bis zu dem Punkt, an dem er eigentlich auf dem Schiff ankommt. Dazu kommen dann natürlich auch noch Schwankungen des Weltmarktpreises, gegebenenfalls Aufschläge für Zertifikate und natürlich Qualitäten und so weiter und so fort. So, aber bleiben wir mal bei unserem Verallgemeinerungs-Kaffee, der Einfachheit halber. Die Kosten und die Versicherung für den Transport bis ins Lager, Zölle, Steuern und Wechselgebühren, weil Kaffee wird in aller Regel in Dollar gehandelt. All das wird natürlich vom Importeur, vom Händler geregelt, genau auch wie eventuell noch eine Nachsortierung, die dann beim Händler vorgenommen wird. Und auch das gibt es. Diese Firma, die hat natürlich dann auch alle Kosten für Lagerung, Vertrieb, Verwaltung, meist eben auch den Transport dann aus dem eigenen Lager zum Kunden etc. pp. Manche Röstereien nutzen dann auch noch eine Lagerverwaltung, sprich also die Rösterei, die dann den Kaffee abnimmt, kauft auf einen Schlag den Jahresbedarf an Rohkaffee dieser Sorte meinetwegen und ruft dann den aber eben nur Stück für Stück ab. So bleibt dann der Kaffee gut gelagert beim Großhändler. Diese haben ja natürlich auch die entsprechenden Ausrüstung, die entsprechende Infrastruktur dafür und schont dann auch gleichzeitig die Lagerkapazitäten in der Rösterei. Ja, kostet aber halt alles unterm Strich irgendwo trotzdem Geld. Wenn die Rösterei dann den Kaffee bestellt hat, dann wird das Ganze meist zu einem Preis gemacht, der bis zur Ladekante gerechnet wird. Also sprich der LKW mit dem Kaffee kommt an der Rösterei an und der Kaffee ist bezahlt bis zur Ladekante oft des LKWs, sprich das Ausladen, Einladen, Einräumen. Das muss dann, das geht dann schon in den Aufgabenbereich der Rösterei Angestellten oder auch je nachdem wie viele Menschen da halt arbeiten eben über. Heißt aber eben auch, hier haben wir den ersten Moment, über den preislich mit eben dem Großhändler verhandelt wird. Sprich ab da sind wir dann bei den Betriebskosten der Rösterei. Und dazu zählen eben ganz viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel die Raumkosten, also Miete, Heizung, Kühlung. Manchmal ist es ja auch zu heiß, man muss das Lager auch richtig temperieren. Die Lagerausstattung, die Löhne, die Rücklagen, Kosten für Reparaturen, Verwaltung und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Beiträge zur Handelskammer, Berufsgenossenschaft, Versicherungen, Kosten für Kontrollen, zum Beispiel Zertifikate oder auch Arbeitssicherheit, Fortbildung für die Mitarbeiter oder sich selbst, Lizenzen, Marketing, Beratungskosten, also steuerlich oder rechtlich zum Beispiel. Oder auch Social Media. Ja, auch dafür kann man viel Geld ausgeben. Projekte, die zum Beispiel im Ursprung gefördert werden und natürlich jede Menge Steuern, die dann noch drauf kommen. Lohnsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Kaffeesteuer und so weiter und so fort. Ach ja, und ein bisschen was soll dann ja dann natürlich auch noch hängenbleiben am Ende des Tages. Das ist ja auch alles kein, nur die wenigsten Röstereien sind Vereine, sondern eben ein Unternehmen, was besteht, damit Menschen auch hier in unserem Land im Optimalfall von ihrem Job leben können. Was genau und in welchem Umfang dann zu Buche schlägt und was vielleicht dann eben noch, das hängt natürlich extrem stark auch von der Art des Betriebes ab, von seiner Größe und auch von seinen Zielen. Es gibt ja unterschiedlichste Ausrichtungen von Röstereien bei uns im Land. Ich habe dir da mal ein paar Links zu Röstereien herausgesucht, die mit ihrer Kalkulation relativ transparent sind. Diese Links packe ich dir alle in den nächsten Newsletter Ende diesen Monats, wenn dich das interessiert. Gleich ein kleiner Anreiz. So, aber wir wollen hier ja auch anschaulich bleiben. Also fassen wir mal zusammen. Unser Kaffee kommt also in der Rösterei an und wird von Angestellten der Rösterei ins Lager geräumt. Sobald Rösttag ist, wird die Röstmaschine, die kostet ja auch zigtausend Euro, mit Gas, in ganz viel selteneren Fällen mit Strom geheizt, angeheizt und warm gemacht und dann eben auch der Kaffee geröstet. Und über das Thema Energiekosten denke ich, brauche ich hier nicht viel erzählen, dass die natürlich auch gerade in den letzten Jahren oder Monaten auf jeden Fall ein großes Thema waren. Ich wollte jetzt sagen, gestiegen sind, aber das stimmt ja auch nicht alles. Also es ist ein großes Thema. Der Rohkaffee an sich wird dann beim Rösten auch noch weniger, weil Wasser verdampft und sich eben einige Stoffe umwandeln. Also der Kaffee wird leichter. Wir rechnen Kaffee nach Gewicht ab, nicht nach Volumen, sondern nach Gewicht. Sprich, wir verlieren Ware. Das Ganze nennt sich dann Einbrand. Der variiert je nach Rohkaffee, nach Röstgrad, irgendwo so ganz grob. Achtung, ganz grob. Zwischen 12 und 20 Prozent. Kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Das hat auch viele verschiedene Faktoren. Aber anders gesagt, wir verlieren durch die Röstung unseres Produkts, durch die Fertigstellung unseres Produkts 12 bis 20 Prozent Ware. Auch das muss man dann natürlich einkalkulieren. Anschließend gastet das dann eben noch alles noch aus und wird verpackt. Das passiert in Tüten. Auch die kosten natürlich Geld. Ganz oft passiert das auch mit einer Maschine. Aber auch oft händisch mit Schippe und Waage. Also gibt es verschiedene Varianten. Aber auch das muss natürlich alles vor Ort sein. Und dann kommt der Kaffee ins reale oder eben auch ins virtuelle Regal. Und da ist dann der erste Kontaktpunkt für uns Verbraucher. In vielen Fällen kann man ja den Kaffee auch, inzwischen ist wieder alles offen, Gott sei Dank, direkt in den Röstereien kaufen. Sprich, auch dafür braucht man dann eben einen Laden, Personal, Strom und so weiter. Auch da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, wie das betrieben wird. Aber auch das muss da sein, muss irgendwie mit dem Kaffeeverkauf finanziert werden. Gut, also fassen wir hier mal zusammen. Der Preis für ein Packer Kaffee im Regal deiner Rösterei oder eben auch im Online-Shop setzt sich zusammen aus. Dem Rohkaffee-Preis, dem Transport und Import und Handling durch den Großhändler, den Betriebskosten, den Röstkosten, zum Beispiel Energiekosten und Einbrand, den Löhnen, die Sozialabgaben, betriebliche Steuern, der deutschen Kaffeesteuer, dem gewünschten Gewinn, der dann ja auch noch dabei sein soll und natürlich der Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer eben für dich. Gegebenenfalls kommt dann auch noch der Online-Versand obendrauf, logischerweise. Und auch der ist ja inzwischen nicht mehr ganz so der Schnapp, ab einer gewissen Paketgröße jedenfalls. Zur Kaffeesteuer, die ich jetzt hier schon zweimal so nebenbei erwähnt habe, dazu gibt es übrigens auch schon eine Folge. Die findest du, ich glaube, gegen Ende der ersten Staffel oder zu Anfang der zweiten. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich gerade gar nicht. Habe ich mir leider auch nicht aufgeschrieben. Aber sie heißt die deutsche Kaffeesteuer. Also du wirst es finden im Verlauf meiner Folgen. Hier in Kürze zusammengefasst, die liegt bei 2,19 Euro pro Kilo Röstkaffee in ganzer Bohne und wird, ist eine Verbrauchsteuer. Das heißt, die fällt in dem Moment an, wo der Kaffee geröstet wird, liegt also definitiv im Bereich der Kosten der Rösterei. Obendrauf kommt natürlich Umsatzsteuer. Umsatzsteuer ist bei Kaffee der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent. So, wenn der Kaffee dann auch noch im Supermarktregal verkauft werden soll, muss er natürlich auch dort erst nochmal hinkommen. Und der Markt will natürlich dann eben auch noch ordentlich was von der Marge haben. Ich denke, das ist klar. Je nach Abmachung muss man sogar als Rösterei, wenn man im Supermarkt Kaffee verkauft, eben dann auch stets für frischen Kaffee im Regal sorgen. Sprich, man trägt dann als Rösterei eben auch das Risiko, dass etwas am Ende eben alt wird und dann abgeschrieben werden muss. Auch das muss man einkalkulieren, wenn man es richtig macht. So, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt. Das ist definitiv auch schon eine ganze Menge, die wir da berücksichtigen müssen. Aber bis hierhin sind wir eigentlich nur beim Verkauf von ganzen Bohnen. Was uns noch fehlt, ist wohl etwas, was ebenfalls viele interessiert. Warum kostet eine Tasse Kaffee, was sie kostet? Und auch das ist am Ende so vielseitig, wie es unterschiedliche Cafés auf unserem Planeten gibt. Aber lass mich auch das hier nochmal versuchen. Der Kaffeebetreiber hat seine fixen Kosten, genau wie die Rösterei. Also Miete, Versicherung, Beiträge für alles Mögliche und so weiter und so fort. Dazu noch Rücklagen für Reparaturen, gegebenenfalls Löhne, Schulungen und so weiter. Und natürlich dann die variablen Kosten, sprich alles das, was anfällt, für jeden Öffnungstag oder eben für jede einzelne Tasse, die er dir zubereitet. Dazu zählt dann auch eben der Einkaufspreis für Röstkaffee, Strom, Wasser, gegebenenfalls Milchverbrauch, Becher, Tassen. Bruch und Verlust von eben Becher und Tassen oder auch von Ware, weil ja, viele Menschen nehmen auch Tassen mit, zum Beispiel. Oder schmeißen sie in irgendwelche Hecken, auch das durfte ich schon erleben. Ja, passiert, ob jetzt absichtlich oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Dann muss man, wenn die Tasse zumindest zurückkommt, muss man sie ja dann auch noch spülen. Also Spülkosten je Tasse, so eine Spülmaschine betreibt sich auch nicht von alleine. Spülkosten und eben generell Schwund im Laden an Dingen und vor allen Dingen eben auch an Ware. Also beispielsweise, weil etwas auf den Boden fällt oder dann, ja, und dann eben nicht mehr verkauft werden kann oder weil es alt wird oder einfach nicht mehr gut ist oder mal, weil es übrig ist am Abend oder, ja, halt auch vielleicht geklaut wird und so weiter und so fort. Aber nehmen wir uns doch einfach mal ein Cappuccino als Beispiel, damit hier ein bisschen was griffig ist. Und auch das bitte, es ist eine absolute Beispielrechnung, die muss mit der Realität gar nichts zu tun haben. Das ist einfach, damit man das mal ein bisschen nachvollziehen kann. Für eine Tasse Cappuccino brauchen wir einen Shot Espresso und 200 Milliliter Milch. So, in aller Regel wird ein Doppelshot extrahiert an der Espressomaschine. Dafür braucht man ungefähr 20 Gramm. Sprich, wenn wir einen Einkaufspreis für ein Kilo Kaffee von 30 Euro mal hier beispielhaft annehmen, dann haben wir 30 Euro durch 1000 mal 20. Das sind 0,6 Euro, also 60 Cent für den Doppelshot. Wir brauchen nur einen, deswegen diese 60 Cent durch zwei, sprich 30 Cent für den Shot Espresso. Dazu kommt dann noch ungefähr 200 Milliliter Milch. Die kostet auch je nach Qualität und wo man die her hat und je nachdem, wie man das so alles betrachtet. Aber sagen wir mal 1,50 Euro der Liter. Also 1,50 Euro durch 1000 mal 200. Auch das sind wieder 30 Cent. Sprich, wir haben hier einen reinen Wareneinsatz von 60 Cent für so eine Tasse, für den Inhalt von einer Tasse Cappuccino. Das wirkt jetzt vielleicht nicht sonderlich viel, aber damit wir überhaupt dahin kommen, dieses Getränk zuzubereiten, muss natürlich auch schon ganz schön viel passiert sein. Es muss einen Laden geben, es muss jemanden geben, der da steht und den Kaffee zubereitet. Der Kaffee muss eingestellt werden. Auch das kostet Ware und Zeit und Menschen. Es muss eine Maschine geben, die überhaupt eingestellt werden kann. Es muss verschiedene Mühlen geben und so weiter und so fort. Es muss eine Spülmaschine geben, die dann die Tasse wieder sauber macht und so weiter und so fort, wie gesagt. Allein das ordentliche Einstellen von so einer Maschine, von so einer Espresso-Maschine, verbraucht die jeden Tag schon recht viel Ware, Kaffee. Und allein da stimmt unsere Rechnung, so wie wir sie da gerade aufgemacht haben, eben schon nicht mehr ganz. Zur reinen Ware kommt also noch alles mögliche andere. Also alle variablen Kosten und alle Fixkosten und Steuern. Wenn man sich das Ganze dann mal prozentual ansieht und auch vielleicht mal so rumguckt, was so öffentlich ist, dann sehen die Margen prozentual oft auch relativ gut aus. Aber auch da muss man dann eben vielleicht den Schritt weiterdenken. In effektiven Euro ist das ja nicht unbedingt viel. Gerade in guten Lagen ist so eine Miete für ein kleines Kaffee dann eben auch gern mal bei 2000 Euro im Monat oder mehr. Dazu kommt dann noch Strom, Wasser, Versicherungen, Löhne und so weiter und so fort. Und alles das will einzig und allein aus dem Verkauf von Kaffee bezahlt werden. Und wenn man das alles mal so zusammenschmeißt in einer völlig groben Rechnung, könnte man also sagen, ein Laden plus zwei Angestellte mit 20 Öffnungstagen könnte ungefähr 5000 Euro kosten im Monat. Wenn dann an jeder Tasse ein Euro nach variablen Kosten hängen bleibt, müssten also je Tag 250 Kaffee verkauft werden, nur um die Fixkosten zu decken. Und ich betone das jetzt aber auch nochmal ganz, ganz ausdrücklich. Das ist eine Rechnung, die absolut nur als Beispiel dient und auch einfach nur da ist, um etwas greifbar zu machen. Ein sehr geschätzter Kollege von mir hat mal zu dem ganzen Thema, als wir uns darüber unterhalten haben, gesagt, die ersten beiden Wochen im Monat arbeitet man, um die Miete zu verdienen, wenn es gut läuft. Danach kommen die Löhne und andere Verbindlichkeiten. Und wenn man Glück hat, ist am Ende des Monats eben auch noch was übrig geblieben. Ja, was glaube ich das so ein bisschen hoffentlich veranschaulicht. Aber lass uns nochmal kurz auf die Steuern zurückkommen, weil das eben auch ein wichtiger Punkt ist, den viele übersehen und der sich auch jetzt so ein bisschen, der ist ja jetzt auch so ein bisschen in den Nachrichten, die ganze Steuerdiskussion, die Gastronomie und so weiter. Dazu werde ich wahrscheinlich auch noch eine kleine Folge machen, zeitnah, wenn dich das interessiert. Ja, also je nachdem, was ich dir verkaufe und wie ich es dir verkaufe, kostet mich nämlich das ein und dasselbe Getränk 7 oder 19 Prozent Steuer, was ein Riesenunterschied ist. Und Achtung, das, was hier erfolgt, ist ja ausdrücklich keine steuerliche Beratung. Ich bin Barista, ich weiß, wie man Kaffee macht. Ich mache keine steuerliche Beratung. Das ist wirklich nur ein Beispiel. Also als Beispiel, wenn du einen Latte Macchiato to go bestellst, fallen 7 Prozent Umsatzsteuer an, weil 75 Prozent des Getränks ein Grundnahrungsmittel ist und daraus bestehen. Ich verkaufe dir also quasi ein Grundnahrungsmittel. Trinkst du den bei mir, also aus einem Glas, fallen 19 Prozent an, weil ich dir dann eine Dienstleistung verkaufe. Trinkst du den to go Latte Macchiato mit einer pflanzlichen Milch, ist es kein Grundnahrungsmittel mehr und es fallen wieder 19 Prozent an. So, unterm Strich möchte aber heutzutage jeder, dass jeder Preis natürlich gleich ist. Das heißt aber, je nachdem, wie du das Getränk trinkst, bleiben bei mir eben zwölf Prozent mehr oder weniger hängen. Das macht definitiv einen Unterschied. Aber auch da könnte man sehr, sehr viel tiefer nochmal reingehen. Das ist hier schon, finde ich, eine wahnsinnig verwirrende Folge geworden. Also sehr viel verwirrender, glaube ich, als ich das wollte. Aber es ist doch wirklich schwierig, das alles in Kürze und ohne so ein wirkliches Beispiel, was man vor Augen hat, aufzuzeigen. Zum Schluss lass mich also gern nochmal ein paar Gedanken loswerden, von denen mir wichtig wäre, wenn du die aus der heutigen Folge mitnimmst. So eine Tasse Kaffee kostet mehr als der reine Waren wert. Allein schon, weil du sie zubereitet bekommst und weil da jemand steht, der darauf wartet, dass du kommst oder ob du überhaupt kommst. Das weiß man ja vorher eben auch nicht. Je mehr Qualität und je mehr Liebe in dem Ganzen steckt, desto geringer fallen in der Regel auch dann die Margen aus. Also das, was irgendwo hängen bleibt. Außerdem, und das ist etwas, das sage ich öfter, es gibt definitiv einfachere Wege, um reich zu werden, sofern man im Kaffee-Business mit Leidenschaft für das Produkt unterwegs ist zumindest. Deswegen gibt es in der Kaffee-Branche in meinen Augen auch wirklich viele Menschen, die das mit absolutem Herzblut betreiben. Ein Kaffee aufzumachen mit dem Ziel, reich zu werden, würde ich mir zweimal überlegen, muss ich ehrlich sagen. Darum sollte es nicht gehen. Für so ein Kilo verantwortungsvoll gehandelt ein Kaffee, das fragen mich ja auch viele, für so ein Kilo verantwortungsvoll gehandelt ein Kaffee, was muss ich denn da bezahlen? Verantwortungsvoll gehandelt, qualitativ guter Kaffee. Wer sowas trinken möchte, der sollte bereit sein, gute 30 bis 50 Euro auszugeben. Was aber ja, wenn du es dann runterrechnest, in der heimischen Tasse nicht wirklich viel ist. Also das sind Cent-Beträge, über die wir da reden. Und allemal immer noch günstiger als die Kapseln, die es da draußen gibt. Ein richtig gutes Stöpfchen kann man dann auch mal kaufen für besondere Tage. Da kostet dann aber das Kilo gern auch mal 200 Euro und mehr. Und ja, das gibt es. Und ja, das schmeckt dann schon ziemlich geil. Und last but absolut nicht least, sollte man im Hinterkopf haben, so eine gute Tasse Kaffee von einem ausgebildeten Barista kostet definitiv nicht aus Gier des Unternehmens inzwischen deutlich mehr als drei, oft auch vier Euro. Auch an der Gastro gehen die ganzen Kostenerhöhungen nicht vorbei. Und die Kette, die Wertschöpfungskette, ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen einen Einblick geben, die dazu führt, dass da vor dir eine lecker schmeckende, cremige, gute Tasse Kaffee auf dem Tisch steht, die ist wahnsinnig lang. Und ja, man muss wahnsinnig viel berücksichtigen, damit sich das Ganze eben auch wirtschaftlich trägt. Und wie gesagt, auch wer aus Leidenschaft ein Kaffee betreibt, macht das am Ende des Tages trotzdem, damit er da von seiner Familie was zu essen kaufen kann. Sodala. Und ich glaube, das reicht. Es ist viel zu lang geworden. Ich hoffe, dir ein bisschen das Ganze erleuchten zu können. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne. Vielleicht können wir noch mal eine Aufklärungsfolge hinten dran klatschen. Also die meisten Fragen, die dazu kommen, einfach noch mal aufdecken. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wirklich gute Tasse Kaffee zur Hand, wenn du sie brauchst. Sag danke fürs Teilen, Hören und Supporten. Bis zur nächsten Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Bis zur nächsten Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Bis zur nächsten Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast.